Lieber Robert, komm auf die Bühne. Danke Sonja, Robert Hamm mein Name, ich arbeite im Bereich Open Data. Ich habe nur eine kleine Ankündigung zu machen. Es gibt immer wieder Wettbewerbe, an denen man als Entwickler oder kreative Person teilnehmen kann und Apps, die man basierend auf Open Data gemacht hat oder Visualisierungen, Ideenkonzepte einreichen kann. Aktuell läuft gerade noch der Open4Data.at Wettbewerb. Bis 29. Februar kann man dort einreichen. Es gibt Gesamtpreise von 8.000 Euro plus Sachpreisekategorie. Es ist auch eine spannende dabei. Gemeinsam mit dem Open Data Portal.at quasi eine Verschränkung der Datensätze zwischen Behördendaten und Zivildaten. Da gibt es einen Sonderpreis mit Wikimedia Foundation Konferenz als Hauptpreis. Wer eine App hat, die auf Open Data basiert oder Idee oder Visualisierung, der kann das noch einreichen bis 29. Februar. Der Preis ist eine Reise zur Wikimedia in diesem Jahr. Das ist der Preis. In Italien, ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank.